Deutsche Meisterschaften Klickball Sonntag 25. Juni 2017 und das ist das Finale im Herrn Doppel. Sie haben den ersten Satz bereits eingesagt, haben sich übrigens vor wenigen Minuten erst ein unglaubliches Halbfinale im Einzelnen geliefert. Da standen sie sich gegenüber, für den Meierhof der Erfurter und der Linkshänder, wer gleich seine Brille wieder aufsetzen wird. Und da gibt es eine Verletzungspause, da hat sich der... Verletzungspause, Kevin Mayhoff. Das wäre ein schwarzer natürlich, hat etwas geteilt. Nein, es ist der Kevin, es ist doch der Kevin. Und ich kann es hier mal direkt von der Regie aus beobachten, wo der Turnierdirektor schon nach der Notrufnummer sucht. Das Bayerische Rote Kreuz ist etwas weit weg von hier. So, und dann melden wir uns in hoffentlich wenigen Minuten wieder mit der Fortsetzung. Das wäre natürlich eine ganz unglückliche Geschichte, wenn der Kevin erst mit unglaublich viel Pech im Einzelhaus scheitert. Das Spiel hat ja eigentlich 2-0 auf der Pfanne. Und jetzt auch noch im Doppel nicht Meister werden kann. Ja, die Nugelflasche muss es richten. Also bis gleich.